Herzlich willkommen im Airbus, liebe Leute. Wieder sind dabei eine Runde Trouble in Terrorist Town. Diesmal dabei Kranz. Hallo. Der Krabswan. Hallo. Dalukat. Mhm. Schon Ninja. Hallihallo. Und ganz neu Liscario. Hallo. Und Marv. Und Marv. Und Marv. Und Marv. Marv macht richtig oft auf dem Airbus die Einleitung. Innoquent, Freunde. Innoquent. Okay, wer ist da? Da ist wer, da ist wer. Ey, hat jemand gerade das Teil aktiviert? Ne, doch nicht. Okay. Dalukat hat gerade das Ding aktiviert. Schon Ninja ist bei mir. Und ich habe keine Kanone. Krabs ist Detective. Das heißt, Krabs stirbt als erstes. Wenn Krabs jetzt stirbt, dann bin ich es. Der war gut. Der ist super. Dalukat hat einen Fernseher kaputt gemacht. Toll, was sollen wir denn jetzt hier machen, Antwort? Schon Ninja steht bei mir. Ja. Und Kranz zielt so auf mich. Im SOS oder was wird das? Guck mal, hinter dir soll ich kommen. Haben wir ein oder zwei? Mach mal, mach mal die, kannst du das aufmachen hier? Ne, warte. Mach doch mal auf, hier. Du, da du Hunger hast. Hier, nimm's. Ess was. Du darfst nicht verhungern. Hier ist Blut. Ey, ey, wohnt ihr hinter mir? Wohnt ihr schossen? Nehmen wir es. Kratz, nehmt du noch? Ja. Da ist nicht mal, da ist nicht mal ein Loch drin. Die will ich gar nicht. Hör dir mal den Sound. Das war aber eine explosive Melone. Hier ist Kranz. Dalukat schießt. Nein, ich bin fast tot jetzt. Ja, genau, weil du auch nicht geschossen hast. Ich hab... Wiffler... Dalukat hat nur noch 20 AP. Ja, ich lebe noch, aber Dalukat nicht mehr. Ich will auch auf mich zu schießen, du Arsch. Dalu war innocent. Ich konnte ihm vertrauen. Ich konnte ihm vertrauen. Wow, hier ist Marv. Nur weil ich ihn gefüttert hab. Der Detective Traitor ist hier. Brot für die Welt. Ach, Mann, ich komm hier nicht mehr raus. Ich weiß, wer es ist. Lyscario ist es. Es ist Lyscario. Ich bin hier. Nein, ich bin hier. Hallo? Darf ich nicht... Nein, der... Marv, Mann! Kranz? Er schießt einfach. Ja, was denn? Wir wirst nur da aus dem Raum rausgehen, wo wir uns gefunden haben. Marv, hör auf zu schießen, Mann! Marv, schießt auf mich! Äh, einfach durch diesen Lüftungsschacht wieder. Bist du immer noch da unten drin, oder was? Ja, ich komm nicht raus mit springen. Warte, ich kann dir den Weg zeigen. Hier, auf diese Seite musst du hoch. Hier musst du lang. Ach, übrigens, äh, ich bin Traitor. No! Jawohl, Kranz, Alter, super! Lyscario war auch einer. Ja, aber du hast einfach geschossen und... Ja, ich hab gesehen, wie du die Tür zugemacht hast. Du warst der Einzige... Du hast keinen Damage bekommen. Du warst der Einzige, der da rumstand. Ja, aber das Ding, da brauchst du nicht auf mich schießen. Ja, dann hab ich ja nicht auf dich geschossen, wenn du keinen Damage bekommen hast. Ja, nein, das ergibt ja keinen Sinn. Ja, oh doch. Auf dieser Map bringen sich, glaube ich, Rifles gar nichts. Doch. Doch, doch. Glaubhaft. Doch, doch, das ist super. Okay, wir brauchen eine Disco. Ah, nee, doch nicht. Das machst du. Toll, jetzt hab ich nur eine Huge. Schnell raus, schnell raus. Geh weg da. Da ist eine Insidinzi, geh weg. Darlucat, 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 geh weg. Okay, ich schieß dich jetzt ab, Alter. Hey, da werden die Granaten. Jetzt sterben sie gleich alle da drin. Weil Lyscario kriegt ja erstmal Karma abgezogen für alle, die jetzt da durch sind. Okay, wenn ich jetzt sterbe, ist das Darlucat. Ich bin Detective, Alter. Darlucat, Darlucat. Ich bin Detective und hinter mir ist Shoninja. Macht was immer ein Darlucat. Ich seh nichts, Grafik bug. Hinter mir ist Shoninja, hinter mir ist Shoninja. Wer? Oh mein Gott. Hä? Wer schießt der? Los, da hat wer einen Turret angemacht. Oh Gott, ey. Ich komm hier nicht mehr rein, Alter. Irgendwer hat die Turret angemacht. Grants, du hast die Turret angemacht. Nein, hab ich nicht. Du warst da einiges. Glaube ich aber auch Grants, ey. Ja. Krabs ist da hinten, der ist Badly-Royal. Ja, genau, richtig. Da, ich hab' ihn erschossen, ihr Pfeifen. Aufschoninja, ja, okay. Okay, Leute, wenn ihr herkommt, mach' ich eine Hail-Station. Nescario, ich glaub' es ist Darlucat. Ich hab' ihn erschossen, ihr Pfeifen. Okay, äh, ich stell' mich einfach mal zu euch. Ich hab' ihn erschossen. Mal, Grants ist der andere. Hast du eine Hail-Station? Ja, mach' ich gerade. Ohne Witz, wer mich jetzt noch schießt, weil ich töte euch alle. Ich hätte Marf jetzt schon töten können grad. Grants oder Marf wollten grad die Leiche hier mitnehmen. Hier ist Marf. Grants. Marf hat ne Heiliger geschmissen. Ja, Halleluja, es raucht. Die Heilige Rauch-Kranate. Oh, hier! Granate. Ey, warte mal, jetzt bin ich... Ich will auch heißen. Lass mich hier mal raus. Er will gleich reinjallern. Ey, bitte mich grad mal nicht töten. Fahr hier rum, weil du uns jetzt jallern willst. Ne, weil ich will mal gucken, ob ich jetzt da hinten hin tun kann. Und ob da irgendwas passiert dann. Okay, passt. So. Ne, hä? Grants ist der zweite Traitor. Okay, ab jetzt kann man mich wieder töten. Du bist doch Traitor. Marf, komm her. Marf, komm her. Mach mal das auf da. Die Luke. Geht nicht. Geht nicht. Hier ist Dalu. Er zielt auf mich. Er schießt auf mich. Er schießt auf mich. Er schießt. Am Arsch. Marf, du warst das. Ohne Witz. Hä? Er schießt er. Er schießt er. Er schießt er. Er schießt er. alles. Ich bin Detektiv schon wieder. Er schießt mich schnell. Sonst sieht keiner. Komm, warte mal. Ich geh jetzt hier rein und dann kannst du mich erschießen. Siehst du? Hier, wer ist das? Grants. Grants ist es. Ja. Grants ist es, Leute. Halt, Marf schießt. Marf hat Dalu getötet. Nee. No way. Untersuch dich nicht. Marf, Marf. Dalu war innocent. Untersuch ihn. Er war Traitor hier. Ja, Mann. Komm, warte. Marf, ich mach gleich eine. Da ist noch einer. Grabs ist da. Ja. Ja, genau. Ich bin hier. Und? Okay. Alter, ohne Witz. Leute, ich kann keine Hälfte. Guten Flug, Grants. Was hab ich denn jetzt gemacht? Was ist da falsch? Was ist da falsch? Kannst du mich heilen, bitte? Ich hab keine Health Station. Drück auf C. Oh nein. Ja, geht nicht. Keine Punkte. Wir müssen jemanden töten. Komm her, Grabs. Dann erschießt Grabs. Nein. Ich hänge irgendwo im Raum. Seht ihr mich schon? Passt. Grabs. Ich fall runter. Einfach so durch die Wand. Grabs. Was denn? Discombulator. Geh weg. Grabs. Es ist Grabs. Es ist Grabs. Es ist Grabs. Habe ich doch gesagt. Nein. Warum schmeißt du einfach meinen Trader-Kollegen raus? Warum? Weil ihr sonst zu stark seid. Schweinelei. Wo bist du? Das ist so spannend schon wieder. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich hab noch ein bisschen Zeit, um zu überleben. Ein bisschen. Aber du musst mich nur einmal treffen. Nein. Wo ist es. Das ist ein bisschen niederses. Ich sage meinen... Binde dich. Glaub ich. Was war das? Deine Bombe. Deine Bombe war das. Echt? Mann, verdammt, daneben. Nein! Grenze, zu einfach, ey. Ja, wenn der euch beide rausgezogen hätte... Ja, wir waren ja nicht in meiner Nähe gewesen. Aber Grenze hast du doch gar nicht geöffnet, oder? Doch, natürlich. Und Marv hat mir nicht geglaubt. Doch, ich hab Grenze erschossen. Hast du nicht mich erschossen? Nein, nein, ich hab Grenze erschossen. Warum hat ihm nicht geholfen, ihm zu erschießen? Ja, das hab ich geholfen. Du hast doch gewarnt, bis ich tot bin. Nein, hab ich nicht. Ich hatte einen Sniper. Es war da nicht so leicht, wenn er so rumspringt. Deswegen hab ich Grenze ja dann auch gleich rausgeworfen. Ey, nicht im Müll einmal ist. Irgendwo sind auch mal Grenzen erreicht. Der war cool, Mann. Selbstgemacht, ey. Hello, allein mit dem Detective. Irgendwann sind Grenzen erreicht. Irgendwann sind Grenzen erreicht. Mag mal jemand hier das Air-Log öffnen, ey? Geh mich töten. Geh weg. Er ist im Trader, wenn ihr grabs. Da ist so viel Rauch. Er hat ne AWP in der Hand. Wer hat ne AWP in der Hand? Dalu Card. Das ist Kaufen, Pfeife. Das Kano zielt auf mich. Ich glaub, er ist es. Ja, klar. Okay. Ich geh da weg. Ne, er hat diesen Gang aufgemacht. Also ohne Witz, ich geh jetzt weg. Weil sonst gibt's gleich ein Ululululul. Marv ist hier drin eingesperrt. Hallo Grabs. Hallo. Seid gewarnt. Ich bin von FedEx. Ich hab hier, ne? Einen Koffer und geh weg, ey. Ey, du hast was Falsches zugemacht. Wollen wir uns mal unterhalten? Nimm das Ding aus meinem Gesicht. Nimm dein Ding aus meinem Gesicht. Marv, Marv. Ich glaub, das war ich was zu sehen. Er will dir was reinwerfen. Mach auf. Wo seid ihr denn? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Tricks. Die beiden Traps, die haben da Gangbang gemacht. Ist ja ekelhaft. Ihr seid nur neidisch. Ekelhaft verdächtig. Nur Traitor. Nur Traitor macht ein Gangbang. Hast du aber ein langweiliges Leben. Da Luzieht auf dich. Oh, hast du eh ein langweiligeres Leben. Du auch. Ich weiß, ich bin bester Mann, also was los. Alter, Zauberei. Zauberei. Jetzt komm ich meine nicht mehr raus. Das ist Zauberkraft. Oh mein Gott, das hat geflossen. Hilfe. Ah. Ich bin allein mit den beiden Traitern. Ey, ey. Craps, es sind Marv und Dalu. Ich lieb's aber nicht. Es sind Marv und Dalu. Wie kommt man da wieder durch? Gar nicht? Wie gehen denn diese Türen auf? Wie gehen die wieder auf, Craps? Gar nicht. Grenz ist es. Grenz ist ein Traitor, Leute. Ich schieße auf Grenz und ich werde ihn gleich kriegen. Grenz ist Traitor. Ich habe ihn erschossen. Hier ist Soninja. Dann überprüf ihn mal. Kommt man da jetzt gar nicht mehr raus? Er ist innocent Traitor gewesen. Der ist offen. Ist das normal, dass er offen ist? Ich habe den Gang nicht aufgemacht. Soninja töte mich nicht. Ganz kurz. Ist das normal, dass hier der Ding offen ist? Das heißt natürlich. Ich meine jetzt der Luftschacht selber. Will ich nicht, sage ich. Achso, okay. Hallo. Kann es sein, dass wir hier noch so richtig durchkommen? Sag mal Craps, wieso? Okay. Alter, lol. Achso, das kann man so einfach öffnen. Okay, warte. Kannst wieder zu machen. Hier auf der Seite machen wir auch zu. So, wer lebt denn noch? Alle außer Grenz. Oh! Du lebst denn noch? Hör auf! Hör auf! Ja, okay. Töt mich nicht. Ne, hab ich auch nicht. Aber du hast mich angeschossen als erstes. Du hast direkt on-site geschossen. Ich dachte, du bist Grenz. Der erste Traitor ist nicht. Aber wer liegt denn daneben dir, Darlucan? Das war Grenz. Und der war Traitor. Nein, war er nicht. Hallo. Na toll. Dann könnte Darlucan einer sein. Ja, das könnte auch Marfa einer sein, weil du hast on-site geschossen. Es war dir kack, egal wer das ist. Könnt ihr nicht verstehen. Ja, wir wissen, dass ein Iscario tot ist. Was sollen wir jetzt machen? Ja, irgendwas sagen. Man weiß, Alter, dass man verstanden wurde. Wir haben verstanden, Iscario ist tot. Und gratuliere zu dem Fund. Kommt man hier überhaupt wieder raus? Nur als Traitor kommt man hier raus, wenn man diese Kack-Luke aufmacht. Ich bin immer noch unten eingesperrt und entweder schon Ninja oder Marf. Ich bin's nicht. Ich bin Inno. Dann ist es Darlucan. Crabs, das ist Marf. Crabs. Ich war unten eingesperrt, weil ich durch den Lift nicht rauskam und oben ist gerade so eine Tür aufgegangen. Ja, die kannst du vom ganzen Haus... Nein. Von hier unten siehst du diese Klocke nicht. Ich sterbe jetzt wahrscheinlich gleich und dann bin ich auf jeden Fall auf Marf und nicht auf Shoninja. Denn irgendwo, wo ich jetzt ankomme und der Lift aufgeht, werde ich jetzt wahrscheinlich erschossen. Also bitte nicht vorm Lift stehen jetzt an alle Leute, die Inno sind, weil ich schieße auf den ersten, der hier vorm Lift steht. Ich habe hier noch keine Orientierung. Ich bin raus. Hier wird geballert. M4 schießt. Crabs. Irgendwer hat mich angeschossen. Wer lebt denn? Ich häng hier fest. Hilfe. Ich helfe dir. Alter, du warst innocent. Dann ist es nach. Ja, durch den Boden. Geil. Das Shoninja war es. Unglaublich. Ey, ich dachte, das ist Dalu, ne? Weil Dalu... Ich auch. Hab ich doch nicht. Ich dachte, erst das ist Gwenz und dann war er aber keiner. Du hast nicht nämlich verdächtig. Dann ist auf einmal die Luke auf. Du haust direkt durch die Luke ab und sagst, Dalu cut is it. Ja, weil ich dachte, ich müsste abbauen. Ich war doch noch hinter dir die ganze Zeit. Ich habe den größten Fehler gemacht, weißt du. Ich hatte eine Shotgun und die hatte keine Munition mehr. Und hab dann einfach weiter geschossen, als hätte ich Munition. Habe ich aber nicht gehabt, ne? Und wollte es zur AK-47 wechseln und dann hat er mich erschossen. Jetzt hab ich einen Random-Kill gemacht, nur weil er mich beschuldigt die ganze Zeit. Und dann auch noch durch Traitor-Gänge abhaut.